Die Simulator ist an, aber die haben hier keine Werft. Ach Tiros, das war das Erdbeben hier. Gucken wir mal was hier abgegangen ist. 102 stimmt. 5, 5, 2, 2. Ok, ja die haben die Militärwerft und sowas verloren oder verwüstet zerstört. Das Bunker. Ja, das hier erstmal. So. Ok. So. Hier wird alles trainiert. Wir sitzen hier aus. Bautechnik nicht geballert. 1608 Forschung. Ja. Die haben ja gekündigt und die Kassianer haben die dazu bekommen, dass das System war. Also. Hier ist etwas Unentdecktes. Lass mal hier hin. Ey, wo sind ihre ganzen Schiffe hin? Wir hatten noch ein Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6 neue Schiffe. Hier sind sie nicht. Wir hatten noch über 11 Schiffe. Hm. Gucken wir uns das neue System an. Oh yeah, 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 yeah. 9. 9. 9. Peff. Geiles System. Die Zeit ist abgelaufen. Unsere Agenten haben Neuigkeiten. Entwurf eines Deliziums über sich wurde gestohlen. Garland System ist leer. Um. Es ist hier ein orbital geschützt an. Ja, hier können wir bis zu 2 Energie rausnehmen. Sonst ist alles an. 3 haben wir noch. 290 Euro. 290 Euro. Braucht ihr. Genau auf Max. Können wir ein Bauwerk rausnehmen. So mehr Gebäude ihr habt, so mehr kostet der Upgrade. So, einer bleibt übrig. Dann haben wir 2, 4 neue Arbeitskräfte. Die haben wir in der Gießerei rein. Ja, so ist gut. So, jetzt will ich mich erstmal hier um Trill kümmern. Neue Trill Kampfschiffe für Angriff verteidigung und Exkorte. 335, 335 bis Mitte und können Tempo 1 fliegen. Perfekto. Unsere Krieger greifen den Feind an. Geht mal auf hier trainieren. Undor. Soto Scouts. Was ist das? Oh mein Gott. Das scheiße. Plasma da. Da hin erstmal. Das sagen wir. So erstmal hier. Übersicht der Systeme. Ich habe schon lange nicht mal reingeguckt. 11 Runden. Wie viel Geld haben wir? 8.911 Quiddles. Sehr gut. Hier haben wir 2 Runden. Kauf bestätigt. Theoriesimulator. Kauf bestätigt. Wir sind bei Kemna zuletzt gewesen. 6 Runden. Kauf bestätigt. Kauf vom Digi. Ich habe 5 hohen Träber Handelsgüter. Ach ja Träber. So erstmal alles Nahrung rausnehmen. Maximal Bevölkerung von 275. 281 sind 24. 24 Arbeitskräfte für 281 Nahrung. 275 haben wir. 24. 24. 24. Also 5 Gebäude braucht er mindestens in Nahrung. Das kann weg. 5 in Nahrung. 21 minus 5 sind. Wie viel sind das? Wie viel weg? 5. 16. 16. Dann plus 5. 2, 4, 5. 21. Ja stimmt. Vernichtung bestätigt. Ja. Die Zeit ist abgelaufen. Ach Diggi. Die verdammte Zeit. Durchbruch in Bautechnik. Klasse 5 Gießerei und Angristransporter 2. Sehr gut. So hat das jetzt geklappt. Ja. Hat geklappt. Ja. Decktrill hier machen. So 282. So können wir lassen. Erstmal alles in Forschung. Das System hat jetzt Top. Wir bauen 535. Was haben die an Energie? Wir haben schon vier Orbitalschütze. Das ist gut. Ein Delizium. Das ist auch sehr gut. Die Delizium Raffinerie. Sieht immer top. Ja. Sieht gut aus hier. Dann machen wir erstmal die Windturbine. mehr Energie. Genau. Dann den Simulator. Kommunikation. Eine Gefängnismine. Hier sogar. Die Delizium Raffinerie. Ein Minus. Mal war es nicht gut. Hier. Das ist geil. Forschungskomitee. 30% Forschung überall. Ja. Passt. Das will ich auf jeden Fall haben. Aber erstmal die Standarddinger. sehr schön. So sieht das gut aus. Machen wir ein. Für safe. So. 20. Hier können wir auch Schwarz 10 rausnehmen. Lassen wir die Energie. Die ist schon auf 9. Das ist so ein Maximum. Ja. Das ist so ein Maximum. Lassen wir ja. So mehr Energie. desto besser. Hier lassen wir auch. Die Forschung. Ist schon auf. Sehr auf Max alles. Sieht sehr gut aus. Das System. Gefällt mir. Industrie haben wir auch 20 Bauhilfe. Perfekto. Klasse. Sehr schön. Oh. Wie sieht es denn bei Ando aus. Zwei Runden. 1500. Schaffen wir es auch in einer Runde. Aber ich brauche Schiffe. Ja. So. Das kommt hier hin. 96 Energie. Dann wird das hier abgegradet. Und das hier. Und das kostet glaube ich 100 Energie mehr. Dann werden wir gleich sehen. 96 hat ja noch. Passt. Dann bauen wir Schiffe. Ich brauche auf jeden Fall Angus Transporters. Dann haben wir die Ferengi erobern. 2 haben wir schon. Ja. Kannst auf jeden Fall 9 Stück machen. So. Jetzt gucken wir mal hier. 9 Runden. Gucken nochmal. 600. Kauf bestätigt. Kaufen. 15 ist mir noch zu lange. 2. 2. Kauf bestätigt. Händys. Laut. Ist gut. Die Zeit ist abgelaufen. Ok. Ah. Thier ist in D-App. Jetzt sind ja die mehrfache Spannensätze in D-App. Wohl vollständlich zerstört. ok der rüstenanschlag ist mir so schlecht was wir uns gleich mal kümmern mal gucken was hier los ist verärgert geht doch eigentlich kriegt man die eigentlich runter verärgert auf nicht anders könnte man ausprobieren polizeistaat mal ran die nahrung see safe 269 übersicht hier ist leer die simulator ist an sieht das system aus 555 ok schild generator hier abgewählt passt kinder aus leer geht gar nichts hier sieht alles top aus zwei energie hier ist das höchste dass das 3 12 so jetzt kommen wir hier an dort da 100 energie ist nicht eingeschaltet müssen wir es manuell machen haben wir jetzt drei scanner reichweite den baue ich meistens bei wichtigen systemen dann kriegen wir hier ein heuchposten schild generator kann aus 245 sieht gut aus 96 energie haben wir üblich also können wir auch anderen bleiben so angus ich will truppentransporter der kostet 3403 runden nehmen wir erstmal alles raus packen hier rein 2 2 das wird 3 2 plus 1 extra rein das kann hier wieder rein gut 2 runden 3 2 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 10 9 10 10 wir haben jetzt den truppentransporter sternbasis hier 6 6 6 3 so ist der stelle baut energie antrieb der auch 6 6 ja machen wir erstmal energie dann machen wir das 222 wir haben jetzt 2387 generieren wir an forschungspunkten das top aus noch die energie dann den subraum die zum gefängnis mine nein forschungspunkte ja so sieht das gut aus hier sind das gott gott mal hier die ecke ab hier sind noch ein paar unentdeckte felder da sieht man dass sie schwarz sind ok gucken wir mal können wir hier irgendwas machen kauf bestätigt kauf bitte kauf bestätigt kauf bestätigt die zeit ist abgelaufen es gibt nachrichten von den diplomaten kauf bestätigt abkommen wird abgelehnt klingelt euch mal selbst herum Ich habe schon 2 Kriege. Wir haben 2 von 11, 8,15, 2,13, Militär 36, 4,6, wir haben 4 Mitglieder, 6 Mitgliedschaft, die meisten Wirtschaft, guter Ball, Wissenschaft, 25, die Werte kann man nicht so gut vertrauen. So, unsere Trill-Kampfschiffe sind da. Hier wird schön alles brav trainiert. Wo packen wir sie mit rein mit den Zerstörern? Wir lassen die einständig. Das Training beginnt wie befohlen. Ersatz für Verluste wird gestellt. Ja, könnt ihr da immer trainieren. Unser erster Angriffstransporter ist da. So, gut gemacht. Wir haben 2 die Lithium übrig. Mal gucken wir jetzt mal hier. Industrie, 1.800, 1.300, 1.500. Ja, da kommt noch was, einiges auf uns zu. Kauf bestätigt. Kronos braucht 27 Runden. So, 305, 308. Kann man hier reinpacken. 21 Energie. Wir können hier ein bisschen Nahrung rauspacken. Einer bleibt, 2 Bauwerke weg. Nahrung weg. Vernichtung bestätigt. Okay, einer bleibt übrig. Ja. Hm. Die brauchen wir diese Zusatzgebäude. Taktische Schule. Das hier. Moral. Müssen wir uns ordentlich drum kümmern. Aber erst ja, das können wir wegmachen. Was machen wir auch jetzt? Energie. Wie viel Energie brauchen die denn? 100, 100. Können die das überhaupt am Laufen kriegen? 165, ein Gebäude könnte man machen. Ich müsste mehr Energiebauhilfe machen. Das will ich in Rahmen Waffentechnik. 100% mehr in Waffentechnik-Forschung. Sehr wichtig. Plus ein Moral. Das kostet mir 5.000. Ja, das Gebäude will ich auf jeden Fall umgeben. 115. Ja. Das macht sie jetzt als erstes. Ja, und nun Runde, Ben. Es gibt Nachrichten von den Diplomaten. Forderungen. Abkommen wird abgelehnt. Nein. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal. Das hat mir meine Arbeit gewirkt. Geschätzt. Wenn ihr Spaß daran habt, der Fokus der Kamera, will ich mich natürlich darüber freuen. Schreibt einen Kommentar rein. Ich versuche, sie zu beantworten. Ja, und sonst sehen wir uns in der nächsten Folge. Und wir speichern jetzt ab. Auswahl bestätigt. Spielstand wird gespeichert. Wöchere Runde sind wir. Auswahl bestätigt. 2. Spielstand wird gespeichert. Okay. Peace out. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren, nicht vergessen. Wäre schön. Ciao, ciao.